Und Sie sehen, auch sein Trainer Manuel Sierra verlässt doch aber den Ring. Sie kennen doch meine Erklärung vom letzten Kampf. Genau das Gleiche ist hier wieder passiert. Es wird ganz schnell der Tiefschutz gewechselt und dann kann es losgehen. Ich kann ihn natürlich zwischenzeitlich besonders gerne, weil es ein Boxer aus unserem Boxstall ist, den Boxer in der roten Ecke vorstellen. 23 Jahre alt, 1,97 Meter groß, 119,5 Kilogramm schwer und Profis seit Oktober 1998. Sein Rekord als Profi, neun Kämpfe, neun Siege, davon vier durch K.O. Aus Hamburg, aus dem Boxstall, Universum, Box Promotion, Bado Sauer. In seiner Ecke, mein Trainer Michael Timm, Volker Grill und Christoph Busch. Ringkrieg dieses Kampfes, der gleich beginnen wird, Kurt Ströer. Ringkrieg dieses Kampfes, der gleich beginnt, Rekord für den Schatten und die Gruppen. Ringkrieg der dritte Karte, in unserer Ecke, können Sie sich übernommen. Vielen Dank. die Rekord für den weinen manauch wäre. Ringkrieg der dritte Karte und die Karte und die Karte. Rekord für den Karte entdeckt, Folging in der Wunsch, den ich auch nicht in der Stadt gehalten kann, und wir sehen uns, dass wir nun gemeinsam drei Jahre alt sind, in der Sachse hinweg die Karte für die Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte. Und ich will mir auch mal erst mal auf. Und ich sehe die Karte, die Karte, die Karte? Und ich bin mir auch in der Karte, die Karte. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.